Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Fire TV beziehungsweise Kodi Video. Viele haben mich gefragt, die haben auf dem Fire TV Kodi und das ist denen zu lästig immer auf installierte Addons zu gehen. Deswegen mache ich jetzt nochmal, ich habe ja schon Videos gemacht zum Installieren von Kodi, das funktioniert mit dem ES Dateiexplorer ja ganz gut. Alles was da jetzt findet, ich werde euch in die Videobeschreibung einen Link zu meinem Google Drive machen, da könnt ihr die passende Addon gleich runterladen. Ich bin jetzt, ich schwenke mal rüber, ich bin jetzt gerade im Kodi drin, wir gehen jetzt mal aus Kodi raus und es geht jetzt um diese Addon namens App Starter. Wir gehen erst mal auf Fire TV, jetzt zeige ich euch warum gerade diese. Nicht wundern, warum mein Menü ein bisschen anders aussieht als bei den meisten. Das ist das neue Menü, das geht aber nur auf der 4K. Auf meiner normalen Box ist noch das alte Menü drauf. So und zwar haben wir dann hier unten aktuell Kodi ist hier nicht mehr drin. Kodi wird nicht mehr angezeigt. Kodi wird ja sozusagen eigentlich geblockt von Amazon, dass es denn aus den Apps verschwindet. Ich kann euch das auch mal zeigen. Ach ne, Haus-Symbol gedrückt halten und hier seht ihr alle installierten Apps und hier ist kein Kodi drin. SPMC ist drin, aber Kodi seht ihr hier nicht und deswegen diese App, die ermöglicht euch Kodi schneller zu starten. Das funktioniert auch recht einfach. So und der Vorteil von der App ist halt, ihr seht das praktisch wie eine zweite Benutzeroberfläche. Hier oben ist Fire TV, da kommt man ganz schlecht zum Fire TV, Kodi, Netflix, YouTube. Alles was ihr euch so an App installiert habt, findet ihr hier denn. Das ist auch ganz übersichtlich. Und das Positive ist, ihr habt hier auch die Möglichkeit. Hier, die ist jetzt auf dem aktuellen Stand. Appstarter 4.0.0. Wir können auf Updates überprüfen. Da ist auch noch nichts neue da. Die neueste Version ist bereits installiert. Wir können jetzt auch natürlich bei Kodi sagen, auf Update prüfen. Da sagt er mir natürlich an, dass 17.1 da ist. Habe ich aber keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Weil, beh, muss ich nicht haben. Finde ich hässlich. Ich bleibe beim 17.1 so lange wie es geht. SPMC ist auch auf dem neuesten Stand. Und über diese App könnt ihr euch jetzt praktisch Kodi jederzeit installieren, SPMC installieren und beide aktuell halten. Beziehungsweise die eigene App Starter auch aktuell halten. Das funktioniert wunderbar. So, und dann wird euch das nämlich hier unten angezeigt, die App. Und da geht ihr dann einfach drauf. Und dann seid ihr hier. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass das Menü hier an der Seite verschwindet, wenn ich drin gehe. Weil normalerweise ist das halt da. Ich habe das lieber so mit den größeren Icons. Ihr könnt die Iconsgröße ändern. Ihr könnt das Hintergrundbild ändern. Ich habe ein eigenes Hintergrundbild. Das könnt ihr euch dann komplett so anpassen, wie ihr das möchtet. Und dann geht ihr einfach auf Kodi, startet Kodi und Kodi läuft. Ich habe es auch geschafft, dass es bei mir halt, wenn ich das Fire TV ausmache, kann ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt mal den Play-Knopf und den Menü-Knopf gedrückt gleichzeitig. So, machen wir nochmal aus. Hat jetzt gerade ein bisschen. So. Amazon Fire TV fährt herunter. Weil hier seht ihr nur drei Icons. Eben beim Fire TV habt ihr drei gesehen. Weil die erste Version vom App-Starter, die hieß Fire Starter, die hat Amazon geblockt. Die funktioniert nicht mehr. Also man kann sie halt nicht mehr starten. Die taucht auch hier nirgendwo mehr auf. Also taucht noch auf, aber die kann man nicht mehr starten. Das werde ich euch auch gleich zeigen. So. Das ist das ganz normale Fire TV-Menü, was jetzt gerade startet. Die ist ja auch gerade am starten. Jetzt müsst ihr kurz warten. Und zack, bumm, bin ich im Bildschirmmodus von App-Starter. Das geht aber nicht über App-Starter. Weil in App-Starter habt ihr jetzt nur noch begrenzte Möglichkeiten, wenn ihr hier Einstellungen macht. Wurde alles rausgenommen, damit man hier nicht irgendwie... So. Seht ihr, das ist total wenig. Also Hintergrund ist noch alle da. Aber Doppelklick zu irgendwo hinkommen und so ist alles entfernt. Das feiert das Amazon nicht wieder entfernt. Ich habe das jetzt geschafft mit Fire Starter. Ihr seht ja hier Fire Starter. Das kann ich jetzt hier starten. Da habe ich ein Hintergrundbild. So. Und dann habe ich... Hoppala. So. Und dann habe ich hier... Oben steht auch Fire Starter. Da habe ich hier nochmal einen Fire Starter. Da kann ich aber drücken, wie ich will. Ach. Ich will die App doch nicht verschieben. So. Da komme ich nicht drauf. Seht ihr das? Ich klicke hier. Da kommt man nicht mehr rauf. Nach dem Installieren kommt man noch rauf. Aber das war es auch. Und dieses Fire Starter, was ich jetzt habe, geht auch nur, weil die ID geändert wurde. Da ist nämlich eine andere ID drin. So. Und App Starter geht aber ganz normal. Also das heißt, die ID war mal Fire Starter. Also wenn man die App installiert hat, was man nicht gesehen hat. Das war im Hintergrund, dass das Android Betriebssystem weiß, was läuft. Amazon hat diese ID aber geblockt. Und ein ganz netter Pfiffiger hat damals im Forum geschrieben, hey, ich habe da was gemacht. Und dann ging das wieder. Natürlich nicht mit allen Einstellungen, weil Amazon mit Doppelklick und so das alles blockiert hat. Das geht nicht mehr. Aber man kann über die alte Version vom Fire Starter mit der veränderten ID immer noch sagen, ich möchte, wenn Fire TV angeht, möchte ich App Starter haben. Und dann läuft natürlich gleich als erstes App Starter. Für die Leute, die halt eher Kodi oder irgendwas anderes nutzen, ist das halt eine super Möglichkeit, weil wenn man von Kodi rausgeht, kommt man automatisch einen App Starter und nicht ins Fire TV Menü. Das läuft ganz gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Mit Fire Starter, wie gesagt, Kodi auf dem Laufenden, Fire Starter auf dem Laufenden, SPMC wird auf dem Laufenden gehalten. Ihr könnt es anpassen. Und mit einem kleinen Trick, ihr findet Fire Starter und App Starter bei mir in der Dropbox, Quatsch, Dropbox, im Google Drive. Guckt da einfach mal nach, falls ihr das genauso haben wollt. Und ich hoffe, ihr könnt euch damit ein bisschen helfen. Wenn ich damit helfen konnte, wäre ein Daumen nicht schlecht, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Da könnt ihr abonnieren. Da wird bestimmt öfters mal wieder Fire TV kommen. Ich habe schon genug Videos dazu gemacht und ich werde auch weitermachen. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.